Grüße an alle Zuschauer, die sich auf eine tiefgreifende Reise in die faszinierende Welt des Stoizismus begeben. In dieser Erkundung werden wir tief in die Strategien und Lehren eintauchen, die diese alte Philosophie für das effektive Management unserer Emotionen bietet. Unterschätzen Sie nicht die Bedeutung dieses Materials, emotionales Management ist eine wesentliche Fähigkeit für ein erfülltes und ausgeglichenes Leben. Ich empfehle dringend, dass Sie während dieses Videos sorgfältige Notizen machen. Die Konzepte, die wir besprechen, sind so reichhaltig und wertvoll, dass Sie es verdienen, für Ihre Reflexion und spätere Anwendung festgehalten zu werden. Betrachten Sie dieses Video als eine unschätzbare Ressource, einen umfassenden Leitfaden, den Sie immer wieder konsultieren können, wenn Sie das Bedürfnis haben, Ihre emotionalen Fähigkeiten zu stärken. Im Laufe dieses umfassenden Leitfadens werden wir eine Vielzahl von Themen behandeln, angefangen bei der Akzeptanz des Unvermeidlichen bis hin zur Bedeutung der Kultivierung von Dankbarkeit in unserem täglichen Leben. Jeder Punkt wird mit praktischen Beispielen und realistischen Anwendungen detailliert beschrieben, damit Sie diese Lektionen in Ihren Alltag integrieren können. Ich schlage vor, dieses Video nicht nur einmal anzusehen, sondern es auch als digitalen Schatz zu speichern. Die stoische Philosophie wird nicht in einer einzigen Sitzung vollständig aufgenommen, es ist ein kontinuierlicher Lern- und Anwendungsprozess. Durch die Rückkehr zu diesem Video können Sie Ihr Verständnis vertiefen, Nuancen erfassen, die möglicherweise anfangs übersehen wurden, und Ihre Befreiung dieses philosophischen Ansatzes, der die Zeit überdauert hat, festigen. Es ist meine aufrichtige Hoffnung, dass dieses Video zu einem wertvollen Werkzeug für all jene wird, die nicht nur den Stoizismus verstehen möchten, sondern ihn auch in Ihr Leben integrieren wollen, indem Sie Ihre Art und Weise verändern, wie Sie mit Ihren Emotionen umgehen und Sie managen. Ohne weitere Umschweife lassen Sie uns diese Reise in die stoische Weisheit beginnen, eine Reise, die nicht nur Ihre Perspektive, sondern auch Ihre Lebensweise verändern kann. Begleiten Sie mich auf dieser philosophischen Reise, die verspricht, aufklärend und transformierend zu sein. Lektion 1 – Akzeptiere die Realität und lebe im Hier und Jetzt Die erste Lektion des Stoizismus dient als eindringliche Erinnerung, die unveränderlichen Wahrheiten unserer Existenz mit offenen Armen anzunehmen und die Realität mit offenen Armen zu konfrontieren. Sie fordert uns auf, die Aspekte unseres Lebens anzuerkennen und zu akzeptieren, die jenseits unseres Einflusses liegen, und zu verstehen, dass bestimmte Umstände unveränderlich sind. Indem wir dies tun, befreien wir uns von den Ketten nutzlosen Widerstands und finden in der Hingabe zu den unbestreitbaren Tatsachen unserer Existenz einen tiefen inneren Frieden. Darüber hinaus plädiert diese Lektion für die Umleitung unserer Energien auf das, was innerhalb des Bereichs unserer Kontrolle liegt. Anstatt unsere vitalen Ressourcen für nutzlosen Widerstand zu verschwenden, ermutigt die stoische Philosophie zu einer strategischen Kanalisierung unserer Bemühungen in Bereiche, in denen unsere Handlungen greifbare Ergebnisse erzielen können. Dieser pragmatische Ansatz befähigt uns nicht nur, sondern stimmt auch mit der alten Weisheit überein, dass die wahre Stärke darin liegt, die Grenzen unseres Einflussbereichs anzuerkennen und innerhalb von ihnen zu arbeiten. Parallel zur Akzeptanz der Realität betont die Lektion die Bedeutung der Meisterung der Kunst, im gegenwärtigen Moment zu leben. Es ist ein Aufruf zur Kultivierung von Achtsumkeit und zur vollen Vertiefung im aktuellen Moment, unbelastet von der Last vergangener Reue oder der Angst vor einer unsicheren Zukunft. Diese absichtliche Präsenz verbessert nicht nur die Qualität unserer Erfahrungen, sondern fördert auch eine tiefe Verbindung mit der Essenz des Lebens selbst. Wenn wir diese stoische Lehre verinnerlichen, entdecken wir, dass das Leben im Hier und Jetzt nicht nur ein philosophisches Konzept ist, sondern ein praktischer Leitfaden für ein erfülltes Dasein. Es stattet uns mit Werkzeugen aus, um Freude aus den einfachsten Momenten zu schöpfen, die Schönheit im Alltäglichen zu schätzen und die Komplexitäten des Lebens mit einem ruhigen und fokussierten Geist zu navigieren. Im Wesentlichen lädt uns die erste Lektion des Stoizismus ein, die Fäden von Akzeptanz, Achtsumkeit und intentionalem Leben in den Stoff unseres täglichen Lebens einflechten und so ein Gewebe der Widerstandsfähigkeit und Zufriedenheit zu schaffen. Lektion 2 Achtsumkeit und positive Psychologie Die zweite stoische Prinzipien vertieft sich in einen tiefen Einblick in die Kunst, unseren Geist zu erheben und Entscheidungen auf dauerhaften Prinzipien zu begründen. Diese Philosophie ermutigt zu einer überlegten, gemessenen Reaktion auf Kritik und lenkt uns von impulsiven Reaktionen ab. Sie geht noch weiter und plädiert für die Priorisierung der langfristigen Gesundheit über den Reiz der sofortigen Befriedigung. Inmitten des Lärms von Ablenkungen betont das Prinzip die Bedeutung des unerschütterlichen Fokus auf unsere Ziele. Die Praxis der Selbstdisziplin zeigt sich als Dreh- und Angelpunkt, der geistige Stärke zeigt und Kontrolle über die Richtung unseres Lebens assertiert. Dieser absichtliche Ansatz zur Entscheidungsfindung fördert eine widerstandsfähige Denkweise, die es uns ermöglicht, Herausforderungen mit Gelassenheit zu bewältigen. Die Integration von Achtsamkeit und positiver Psychologie in unsere täglichen Routinen wird nicht nur als Vorschlag betrachtet, sondern als transformative Praxis, die unsere Entscheidungen in Einklang mit Werten und langfristigen Wohlbefinden formt. Im Wesentlichen befähigt uns das zweite stoische Juwel dazu, Architekten unseres Schicksals zu werden, indem wir bewusste, auf Prinzipien beruhende Handlungen setzen. Lektion 3 – Konfrontiere Ängste und entwickle Widerstandsfähigkeit Die dritte stoische Lektion fordert uns auf, unsere Ängste direkt anzugehen und eine gezielte Prüfung ihrer Grundlagen vorzunehmen. Weit entfernt davon, Rücksichtslosigkeit zu fördern, prädiert der Stoizismus für die Weisheit, fundierte Entscheidungen angesichts von Herausforderungen zu treffen. Durch die methodische Analyse unserer Ängste und die realistische Bewertung möglicher Ergebnisse gewinnen wir nicht nur Einblick in ihre wahre Natur, sondern entwickeln auch eine tiefe Widerstandsfähigkeit. Diese Widerstandsfähigkeit wird zu einem wertvollen Gut, wenn wir uns durch die unberechenbaren Wendungen des Lebens bewegen. Mit einem tieferen Verständnis unserer Ängste ausgestattet, können wir Herausforderungen mit erhobenem Haupt angehen und gleichzeitig Mut und Gelassenheit zeigen. Der stoische Ansatz ermutigt uns, flexibel zu sein und eine Anpassungsfähigkeit zu fördern, die es uns ermöglicht, nachdenklich auf unerwartete Entwicklungen im Leben zu reagieren. Lektion 4 Regelmäßige körperliche Bewegung praktizieren Die vierte stoische Lektion enthüllt einen tiefen Einblick in die Bedeutung der regelmäßigen körperlichen Bewegung in unserem Leben. Die Weisheit von Marcus Aurelius heilt durch die Zeit wieder und erinnert uns daran, dass ein gesunder Geist untrennbar mit einem gesunden Körper verbunden ist. Dieses Prinzip übersteigt die Vorstellung von Bewegung als bloße ästhetische Verfolgung und erhebt sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Kultivierung nicht nur des physischen Wohlbefindens, sondern auch der mentalen und emotionalen Gesundheit. In der stoischen Philosophie geht die Praxis regelmäßiger körperlicher Betätigung über die Grenzen eines Fitnessprogramms hinaus, sie wird zu einem gezielten Akt der Selbstfürsorge. Die Teilnahme an körperlicher Aktivität dient als Kanal für die Kanalisierung von Disziplin, Widerstandsfähigkeit und Durchhaltevermögen Tugenden, die im Stoizismus hochgeschätzt werden. Indem wir unsere Körper pfliegen, pfliegen wir gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit unserer Geister. Dieses stoische Gebot fördert eine ganzheitliche Perspektive und erkennt die Verbundenheit von Geist und Körper an. Durch regelmäßige körperliche Bewegung verbessern wir nicht nur unsere körperliche Leistungsfähigkeit, sondern stärken auch unsere mentale und emotionale Widerstandsfähigkeit. Es wird zu einer transformierenden Praxis, die uns mit Ausdauer und Klarheit ausgestattet, die benötigt werden, um den Herausforderungen des Lebens mit einer robusten und zentralen Haltung zu begegnen. Lektion 5 Dankbarkeit kultivieren Lektion 5 führt uns in die Praxis der Dankbarkeit ein. Freude in kleinen Dingen zu finden und Dankbarkeit für das auszudrücken, was wir haben, anstatt darüber zu klagen, was fehlt, ist der Schlüssel zur Erreichung innerer Ruhe. Forschung unterstützt die Idee, dass Dankbarkeit nicht nur Angst reduziert, sondern auch ermöglicht, häufiger Erfolge zu feiern und nachhaltigen Fortschritt aufzubauen. Lektion 6 Realistische Ziele setzen Die sechste stoische Lektion lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die entscheidende Rolle des Setzens realistischer Ziele. Die Wertschätzung erreichbarer Ziele betonen, hebt dieses Prinzip hervor, wie die Festlegung realistischer Ziele nicht nur die Motivation steigert, sondern auch die Gesamtleistung erhöht. Im Wesentlichen fungieren diese Ziele als inkrementelle Schritte und ebnen den Weg zum Erfolg, indem sie einen kontinuierlichen Sinn für Erfolg nähern. Die Weisheit des Stoizismus befürwortet einen durchdachten und pragmatischen Ansatz zur Zielsetzung. Indem wir unsere Aspirationen mit dem in Einklang bringen, was realistisch erreichbar ist, schaffen wir die Grundlage für nachhaltigen Fortschritt. Diese Philosophie erkennt an, dass jedes erreichte Ziel, egal wie bescheiden, zu einer größeren Erfolgsgeschichte beiträgt und einen positiven Zyklus von Motivation und Erfolg fördert. Beim Navigieren durch die Komplexitäten des Lebens ermutigt uns die sechste stoische Lektion, das Setzen realistischer Ziele als Kompass zu betrachten, der unsere Bemühungen mit Zweck und Absicht leitet. Indem wir größere Ziele in überschaubare und erreichbare Aufgaben aufteilen, verbessern wir nicht nur unsere Fähigkeit, Herausforderungen zu überwinden, sondern pflegen auch eine Denkweise, die die Reise genauso schätzt wie das Ziel. Dieser stoische Ansatz zur Zielsetzung wird zu einem mächtigen Werkzeug, das uns befähigt, die Verfolgung des Erfolgs mit Weisheit, Widerstandsfähigkeit und einem tiefen Gefühl der Erfüllung zu navigieren. Lektion 7 Lass Gedanken fließen und meditiere Die siebte stoische Lektion betont die Bedeutung, Gedanken ohne Anhaftung frei fließen zu lassen. Die Meditation wird als zentraler Punkt hervorgehoben, nicht nur als Erholung für den Geist, sondern als bewusste Praxis, die sowohl das mentale als auch das emotionale Wohlbefinden nähert. Im Stoizismus ist die Kunst, Gedanken frei fließen zu lassen, vergleichbar mit der Kultivierung einer mentalen Widerstandsfähigkeit, die Bereitschaft, Gedanken ohne übermäßige Anhaftung oder Bewertung zu beobachten und anzuerkennen. Diese Praxis der mentalen Distanzierung steht im Einklang mit der stoischen Philosophie und ermutigt uns, den Auf- und Abfluss von Gedanken mit einer ruhigen und unparteiischen Denkweise zu navigieren. Meditation, wie in dieser Lektion empfohlen, ist mehr als nur eine Pause für den Geist, sie verwandelt sich in ein Heiligtum für Introspektion und Selbstentdeckung. Durch regelmäßige meditative Praktiken schaffen wir Raum für mentale Klarheit, emotionales Gleichgewicht und ein tieferes Verständnis unserer inneren Selbst. Dieses stoische Prinzip ermutigt uns, Meditation nicht nur als eine kurze Pause in unserem geschäftigen Leben zu betrachten, sondern als eine gezielte Investition in unsere mentale und emotionale Gesundheit. Indem wir Gedanken durch unser Bewusstsein fließen lassen, ohne uns daran zu verwickeln, und indem wir Zeit für meditative Praktiken aufwenden, schmieden wir einen Weg zur Gelassenheit, Achtsamkeit und einer tieferen Verbindung mit unserem Inneren Selbst. Im Wesentlichen lädt Lektion 7 uns ein, die transformative Kraft der Meditation als Grundpfeiler auf unserem Weg zu ganzheitlichem Wohlbefinden zu umarmen. Lektion 8 – Perfektionismus loslassen Die 8. Stoische Lektion vertieft sich in die Weisheit, den Griff des Perfektionismus loszulassen. Inspiriert von Markus Aurevius ermutigt die Lektion dazu, sowohl unsere eigenen Unvollkommenheiten als auch die andere anzunehmen. Sie unterstreicht die Vorstellung, dass die rücksichtslose Verfolgung der Perfektion ein formidables Hindernis für unser emotionales Wohlbefinden darstellen kann. Im Teppich des Stoizismus ist das Prinzip des Loslassens von Perfektionismus mit Fäden der Selbstmitgefühl und des Verständnisses verwoben. Es fordert uns auf, die menschliche Natur der Unvollkommenheit zu umarmen und zu erkennen, dass die Suche nach Makellosigkeit ein rastloses und unerreichbares Unterfangen sein kann. Stattdessen plädiert die Lektion für eine Denkweise, die den Fortschritt über Perfektion schätzt und die Reise des Wachstums und des Lernens würdigt. Indem wir die Grenzen des Perfektionismus anerkennen, befreien wir uns von den Fesseln unrealistischer Erwartungen. Diese stoische Erkenntnis ermutigt uns, dieses Verständnis nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf die Menschen um uns herum auszudehnen, und fördert einen mitfühlenden und empathischen Ansatz zur menschlichen Fehlerhaftigkeit. Lektion 9 – Selbstreflexion und innerer Dialog Die neunte stoische Lektion versetzt uns in die tiefgreifende Bedeutung von Selbstreflexion und innerem Dialog. Der Stoizismus drängt uns dazu, aktiv unsere inneren Reaktionen zu bewerten und betont die Bedeutung, uns selbst mit Mitgefühl und Motivation anzusprechen. Dieses Prinzip steht als machtvolle Gegenmaßnahme zum allgegenwärtigen Einfluss von Selbstkritik und Pessimismus, die oft unseren inneren Dialog dominieren können. Im Teppich der stoischen Philosophie wird Selbstreflexion zu einer bewussten Handlung der Introspektion eine Gelegenheit, unsere Gedanken, Emotionen und Reaktionen zu überprüfen. Durch die Teilnahme an dieser Praxis pflegen wir ein erhöhtes Selbstbewusstsein, das als Kompass dient und uns zu Reaktionen lenkt, die in Weisheit verwurzelt sind, anstatt impulsive Reaktionen zu erlangen. Die Kunst des inneren Dialogs, wie in dieser Lektion empfohlen, übersteigt einfaches Selbstgespräch. Sie wird zu einer Möglichkeit, eine positive und konstruktive Beziehung zu uns selbst zu fördern. Indem wir Worte der Ermutigung über Selbstkritik und Motivation über Verzweiflung wählen, formen wir unsere innere Erzählung auf eine Weise, die mit stoischen Prinzipien im Einklang steht und Resilienz sowie eine standhafte Denkweise fördert. Letztlich lädt uns Lektion 9 ein, Selbstreflexion und inneren Dialog nicht als passive Übungen, sondern als dynamische Werkzeuge für persönliches Wachstum zu betrachten. Die absichtliche Kultivierung eines mitfühlenden und motivierenden inneren Dialogs wird zu einem Grundpfeiler auf unserem Weg zu emotionaler Widerstandsfähigkeit und einer harmonischen Ausrichtung an den Leitprinzipien des Stoizismus. Lektion 10 – Positive Affirmationen und Wohlbefinden Die 10. Stoische Lektion betont die tiefgreifende Bedeutung positiver Affirmationen. Sie unterstreicht, dass die Kultivierung eines positiven inneren Dialogs untrennbar mit einer größeren emotionalen Widerstandsfähigkeit und einem mentalen Wohlbefinden verbunden ist. In der Stoischen Philosophie überschreiten positive Affirmationen einfache motivierende Aussagen, sie werden zu einer bewussten Praxis, unsere Gedanken und Überzeugungen zu formen. Indem wir bewusst Affirmationen wählen, die mit Stoischen Prinzipien im Einklang stehen, kultivieren wir eine Denkweise, die emotionale Stärke und Widerstandsfähigkeit angesichts der Herausforderungen des Lebens fördert. Diese Lektion ermutigt uns, die transformative Kraft der positiven Selbstgespräche zu erkennen. Die absichtliche Wiederholung von Affirmationen dient als Werkzeug, um eingefahrene Denkmuster neu zu gestalten und einen konstruktiven und optimistischen inneren Dialog zu fördern. Dies trägt wiederum zu einem ausgewogeneren und harmonischen Zustand des mentalen Wohlbefindens bei. Indem wir positive Affirmationen in unsere tägliche Routine integrieren, orientieren wir uns mit den Stoischen Prinzipien von Weisheit, Mut und Widerstandsfähigkeit. Die Praxis wird zu einem proaktiven Schritt, um eine Grundlage emotionaler Stärke aufzubauen und uns zu befähigen, die Komplexitäten des Lebens mit einer positiven und widerstandsfähigen Denkweise zu navigieren. Lektion 10 erinnert daher daran, dass die Worte, die wir uns selbst sagen, die Kraft haben, unsere emotionale Landschaft zu formen und erheblich zu unserem allgemeinen Wohlbefinden beizutragen. Lektion 11 – Fliege bedeutungsvoller Verbindungen Die elfte Stoische Lektion taucht in die tiefgreifende Auswirkung der Qualität unserer Verbindungen auf unsere mentale und emotionale Gesundheit ein. Sie plädiert für die bewusste Investition von Zeit und Energie in den Aufbau bedeutsamer Beziehungen, eine Praxis, die über einfache soziale Interaktionen hinausgeht. Der Stoizismus ermutigt in diesem Zusammenhang nicht nur dazu, Verbindungen zu schmieden, sondern aktiv zuzuhören, Empathie zu zeigen und authentische Erfahrungen zu teilen. Diese bewussten Handlungen bereichern nicht nur das Leben anderer, sondern schaffen auch fruchtbaren Boden für persönliches Wachstum und Lernen. Das Prinzip erkennt an, dass die Tiefe unserer Verbindungen eine Quelle emotionaler Unterstützung und Widerstandsfähigkeit angesichts der Herausforderungen des Lebens sein kann. Lektion 11 dient als Erinnerung daran, dass bedeutungsvolle Verbindungen über das Oberflächliche hinausgehen, sie gründen sich auf Authentizität und ein echtes Verständnis für andere. Indem wir Beziehungen fliegen, die auf Vertrauen, Empathie und gemeinsamen Erfahrungen aufbauen, schaffen wir ein Netzwerk, das uns nicht nur emotional trägt, sondern auch wertvolle Möglichkeiten für Selbstentdeckung und Erleuchtung bietet. Lektion 12 Besitze deine Reaktionen Die zwölfte stoische Lektion führt uns zum Kern der Selbstkontrolle. Inspiriert von der Weisheit des Markus Aurelius unterstreicht sie das Gebot, die Kontrolle über unsere Reaktionen zu übernehmen. Dieses Prinzip fordert uns auf, impulsiven Reaktionen zu widerstehen und Entscheidungen auf Grundlage der Vernunft zu treffen, anstatt den flüchtigen Emotionen nachzugeben. Im stoischen Denken bedeutet das Besitzen unserer Reaktionen einen bewussten und gezielten Ansatz, um den Auf- und Abfluss des täglichen Lebens zu navigieren. Es erfordert ein festes Engagement, sich über sofortige emotionale Reaktionen zu erheben und eine Denkweise zu übernehmen, die Rationalität und Weisheit bei Entscheidungen priorisiert. Insbesondere ermutigt uns Markus Aurelius, die Macht zu erkennen, die in unserer Fähigkeit liegt, zu wählen, wie wir auf externe Reize reagieren. Indem wir unsere Reaktionen übernehmen, gewinnen wir Kontrolle über unsere emotionale Landschaft zurück und fördern eine widerstandsfähige Haltung, die selbst bei den unvorhersehbaren Wendungen des Lebens unerschütterlich bleibt. Lektion 12 dient als Leitfaden zur Kultivierung nicht nur von Selbstkontrolle, sondern auch von einem tiefen Verständnis für das Zusammenspiel zwischen äußeren Ereignissen und unseren inneren Reaktionen. Sie lädt uns ein, Herausforderungen nicht als überwältigende Kräfte, sondern als Gelegenheiten zu betrachten, unsere Fähigkeit zu vernünftigen, überlegten Reaktionen zu üben, eine Praxis, die mit den grundlegenden Prinzipien des Stoizismus im Einklang steht und zu einem Leben führt, das von Weisheit und Widerstandsfähigkeit geleitet wird. Lektion 13 Akzeptiere unausweichliche Veränderungen Die 13. Stoische Lektion führt uns in die unausweichliche Realität der Veränderung. Im Einklang mit den Stoischen Lehren betont sie die Weisheit, den ständigen Fluss des Lebens anzunehmen. Dieses Prinzip ermutigt uns zu erkennen, dass der Widerstand gegen Veränderung nur Leiden hervorruft. Der Stoizismus lädt uns in seiner Essenz ein, eine Haltung der Akzeptanz und Anpassungsfähigkeit zu kultivieren. Anstatt gegen die Strömungen der Veränderung anzukämpfen, fordert uns diese Lektion auf, die ständig wechselnde Landschaft des Lebens mit Gelassenheit zu durchqueren. Durch die Anerkennung der Unbeständigkeit in unseren Erfahrungen befreien wir uns von den Klauen des Widerstands und öffnen die Tür zur Widerstandsfähigkeit. Diese stoische Erkenntnis stellt die Vorstellung in Frage, dass Stabilität in der Ablehnung des Unvermeidlichen gefunden werden kann. Stattdessen plädiert sie für eine Denkweise, die Stärke darin findet, die Fluidität des Daseins zu umarmen. Indem wir Veränderung als integralen Bestandteil des Lebens akzeptieren, legen wir den Weg für persönliches Wachstum, Lernen und die Entwicklung einer tiefen inneren Widerstandsfähigkeit. Lektion 14 – Finde Schönheit in der Einfachheit Die 14. Stoische Lektion ermutigt uns, Schönheit in Einfachheit zu finden. Dieses Prinzip plädiert für die Wertschätzung der unkomplizierten Aspekte des Lebens und erkennt, dass wir durch die Umarmung der Einfachheit eine positivere und widerstandsfähigere Perspektive entwickeln, insbesondere angesichts alltäglicher Herausforderungen. Der Stoizismus lädt uns in diesem Kontext ein, unseren Fokus von den Komplexitäten, die uns oft umgeben, auf die in der Einfachheit gefundenen inhärenten Schönheiten zu verlagern. Indem wir die kleinen, unkomplizierten Momente und Aspekte des Lebens schätzen, gewinnen wir ein gesteigertes Bewusstsein für die Fülle, die in unseren täglichen Erfahrungen vorhanden ist. Lektion 14 dient als Erinnerung daran, dass es inmitten des Trubels des Lebens eine tiefe Quelle von Stärke und Freude gibt, wenn wir die einfachen und geschmückten Elemente unserer Existenz schätzen. Diese stoische Erkenntnis ermutigt uns dazu, Einfachheit nicht als Kompromiss, sondern als bewusste Wahl zu betrachten, die unser Wohlbefinden und unsere Widerstandsfähigkeit verbessert. Lektion 15, übe täglich Empathie. Die 15. stoische Lektion fordert uns auf, Empathie in unsere täglichen Interaktionen zu integrieren. Dieses Prinzip plädiert für die aktive Kultivierung von Empathie durch Praktiken wie aufmerksames Zuhören, einen echten Versuch, die Perspektiven anderer zu verstehen, und die Äußerung von Mitgefühl. Jenseits der Bereicherung des Lebens der Menschen um uns herum betont diese Lektion, dass die Praxis der Empathie auch zu einem tieferen Verständnis von uns selbst führt. Der Stoizismus erkennt in seiner Weisheit die transformative Kraft der Empathie an. Indem wir aktiv mit den Erfahrungen und Emotionen anderer interagieren, erweitern wir unsere eigenen Perspektiven und entwickeln ein erhöhtes Gefühl der Verbundenheit. Die Praxis der Empathie wird zu einer dynamischen Kraft, die nicht nur harmonische Beziehungen fördert, sondern auch zu einem tieferen Selbstbewusstsein führt. Lektion 15 fordert uns heraus, über oberflächliche Interaktionen hinauszugehen und eine bewusste und gezielte Anstrengung zu unternehmen, um mit den Gefühlen und Erfahrungen anderer in Verbindung zu treten. Dadurch tragen wir nicht nur positiv zum Leben der Menschen um uns bei, sondern beginnen auch eine Reise der Selbstentdeckung und persönlichen Entwicklung. Lektion 16 Sei dankbar in Widrigkeiten Die 16. Stoische Lektion taucht uns in die tiefe Weisheit ein, selbst inmitten von Widrigkeiten dankbar zu sein. Inspiriert von Marcus Aurelius lehrt uns dieses Prinzip, dass selbst in herausfordernden Momenten wertvolle Lektionen zu lernen und Tugenden zu entdecken sind. Der Stoizismus ermutigt uns im Kern dazu, Widrigkeiten nicht als unüberwindliches Hindernis, sondern als Gelegenheit für Wachstum und Selbsterkenntnis zu betrachten. Die Praxis der Dankbarkeit, besonders in schwierigen Zeiten, wird zu einem mächtigen Werkzeug, um unsere Perspektive zu verändern. Sie lädt uns ein, über unmittelbare Herausforderungen hinauszuschauen und die verborgenen Tugenden und Lektionen anzuerkennen, die Widrigkeiten bieten können. Lektion 16 fordert uns heraus, eine Denkweise zu kultivieren, die die Silberstreifen in der Widrigkeit schätzt. Sie erkennt an, dass selbst in den schwierigsten Umständen das Potenzial für persönliche Entwicklung und die Verfeinerung unseres Charakters vorhanden ist. Indem wir inmitten von Herausforderungen Dankbarkeit finden, navigieren wir nicht nur widerstandsfähig durch Widrigkeiten, sondern schmieden auch einen Weg zu einem bereicherten und sinnvollen Dasein. Lektion 17 Kultiviere Geduld Die 17. Stoische Lektion lädt uns ein, Geduld zu kultivieren. Unter Anerkennung, dass Ungeduld das Potenzial hat, unser Urteilsvermögen zu trüben und unseren inneren Frieden zu stören, ermutigt der Stoizismus dazu, über die vorübergehende Natur der Ungeduld nachzudenken und aktiv eine ruhige Haltung angesichts unvermeidlicher Verzögerungen zu fördern. Der Stoizismus erkennt mit seiner zeitlosen Weisheit, dass Ungeduld oft aus einer Kluft zwischen unseren Erwartungen und der sich entfaltenden Realität entsteht. Lektion 17 führt uns dazu, Geduld nicht als passives Ausharren von Verzögerungen zu betrachten, sondern als eine absichtliche Praxis, die es uns ermöglicht, Herausforderungen mit Gelassenheit und einem klaren Geist zu bewältigen. Indem wir die Vergänglichkeit der Ungeduld anerkennen, ermutigt uns diese Lektion dazu, Verzögerungen und Hindernisse nicht als Hindernisse, sondern als Gelegenheiten für die Kultivierung von Geduld zu betrachten. Auf diese Weise entwickeln wir eine Widerstandsfähigkeit, die über die momentanen Frustrationen des Lebens hinausgeht. Lektion 18 – Setze gesunde Grenzen Die 18. Stoische Lektion betont die Bedeutung des Setzens gesunder Grenzen. Dieses Prinzip unterstreicht, dass das Festlegen respektvoller und klarer Grenzen nicht nur ein Mittel ist, unsere Energie zu schützen, sondern auch ein entscheidender Schritt zur Förderung gesünderer Beziehungen. Im Kontext des Stoizismus entspricht das Setzen gesunder Grenzen der Philosophie der Selbstpflege und der gezielten Kultivierung eines ausgeglichenen Lebens. Lektion 18 ermutigt uns dazu, den Wert der Abgrenzung zu erkennen, die unser mentales, emotionales und physisches Wohlbefinden bewahrt. Indem wir Grenzen setzen, schaffen wir einen Rahmen, der es uns ermöglicht, das Leben mit größerer Klarheit und Zielstrebigkeit zu durchqueren. Der Stoizismus lehrt uns, dass das Setzen von Grenzen ein Akt der Selbstachtung ist und eine Demonstration unserer Verpflichtung darstellt, ein harmonisches und ausgewogenes Dasein aufrecht zu erhalten. Lektion 19 – Delegieren und anderen Vertrauen Die 19. Stoische Lektion betont die Weisheit der Delegation und hebt hervor, dass das Zuweisen von Aufgaben kein Zeichen von Schwäche ist, sondern vielmehr eine Demonstration strategischer Vision. Dieses Prinzip erkennt an, dass wir durch die Delegation von Verantwortlichkeiten nicht nur unsere eigene Produktivität steigern, sondern auch zur Entwicklung und zum Erfolg des umliegenden Teams beitragen. In der Stoischen Philosophie wird die Delegation als bewusste und strategische Entscheidung betrachtet eine Anerkennung unserer begrenzten Ressourcen und eine kluge Verteilung von Verantwortlichkeiten. Lektion 19 ermutigt uns, den Wert darin zu erkennen, anderen Aufgaben anzuvertrauen und eine Umgebung der Zusammenarbeit und gemeinsamen Verantwortung zu fördern. Durch Delegation und Vertrauen in andere entlasten wir nicht nur unsere eigene Last, sondern ermöglichen es den Menschen um uns herum, sinnvoll zu gemeinsamen Zielen beizutragen. Der Stoizismus lehrt uns, dass effektive Delegation eine Manifestation von Führungsweisheit ist, die eine synergistische Dynamik schafft, in der sich individuelle Stärken für kollektiven Erfolg vereinen. Lektion 20 Authentizität praktizieren Die 20. Stoische Lektion führt uns zur Tugend der Authentizität. Inspiriert von den Lehren von Markus Aurelius ermutigt sie uns, uns selbst treu zu bleiben und unsere Überzeugungen und Gefühle authentisch auszudrücken. Dieses Prinzip erkennt an, dass Authentizität nicht nur eine Reflexion persönlicher Integrität ist, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung emotionaler Widerstandsfähigkeit. Im Stoizismus bedeutet Authentizität, unsere Handlungen und Ausdrücke mit unseren Kernwärmen, Werten und Überzeugungen in Einklang zu bringen. Lektion 20 lehrt uns, dass wir durch die Annahme von Authentizität ein tiefes Selbstbewusstsein und Integrität fördern. Dies trägt wiederum zur Entwicklung emotionaler Widerstandsfähigkeit bei einer Standhaftigkeit angesichts äußerer Drucke und eine solide Grundlage für die Navigation durch die Komplexitäten des Lebens. Authentizität ist im Stoizismus keine bloße äußere Darstellung, sondern eine tiefgreifende innere Ausrichtung. Lektion 20 führt uns dazu, im Einklang mit unserem Wahn selbst zu lieben, und erkennt an, dass die Verfolgung von Authentizität eine Reise der Selbstentdeckung und eine fortlaufende Verpflichtung zum persönlichen Wachstum ist. Die 21. Stoische Lektion ermutigt uns, Herausforderungen mit Stärke zu begegnen und wertvolle Lektionen aus Widrigkeiten zu ziehen. Der Stoizismus lehrt, dass die Kultivierung von Widerstandsfähigkeit uns nicht nur befähigt, Schwierigkeiten in der Gegenwart zu überwinden, sondern uns auch für zukünftige Hindernisse gestärkt. In der Stoischen Philosophie geht es bei der Bewältigung von Herausforderungen mit Stärke nicht darum, Schwierigkeiten zu vermeiden, sondern vielmehr darum, eine Denkweise zu entwickeln, die sie als Gelegenheiten für Wachstum betrachtet. Lektion 21 betont, dass jede Herausforderung eine Chance ist, innere Stärke, Ausdauer und ein tieferes Verständnis unserer Fähigkeiten zu kultivieren. Indem wir Schwierigkeiten mit Entschlossenheit konfrontieren, navigieren wir nicht nur effektiver durch aktuelle Widrigkeiten, sondern rüsten uns auch mit Weisheit und Widerstandsfähigkeit aus, die für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen erforderlich sind. Dieser stoische Einblick ermutigt uns, Herausforderungen nicht als unüberwindliche Hürden, sondern als Stufensteine zur persönlichen Entwicklung und einer robusteren mentalen und emotionalen Verfassung zu betrachten. Lektion 22, Demut und kontinuierliches Lernen umarmen Die 22. Stoische Lektion ermutigt uns, Demut zu umarmen. Der Stoizismus lehrt uns zu erkennen, dass wir ständig entwickelnde Wesen sind und dass jeder Mensch, unabhängig von seiner Herkunft oder Position, uns etwas Wertvolles lehren kann. Demut zu praktizieren bereichert nicht nur unsere Beziehungen, sondern fördert auch eine Einstellung kontinuierlichen persönlichen Wachstums. In der Stoischen Philosophie beinhaltet Demut die Anerkennung unserer eigenen Grenzen, die Wertschätzung der Perspektiven anderer und eine aufnahmebereite Haltung gegenüber dem Lernen. Lektion 22 betont, dass wir, indem wir dem Leben mit Demut begegnen, uns für eine Fülle von Erfahrungen und Einsichten öffnen und damit zu unserer fortlaufenden Entwicklung beitragen. Indem wir anerkennen, dass jeder, dem wir begegnen, etwas zu bieten hat, kultivieren wir einen offenen und mitfühlenden Ansatz für Interaktionen. Dieser Stoische Einblick leitet uns dazu an, die vielfältigen Perspektiven und das Wissen zu schätzen, die jeder Einzelne mitbringt, und fördert nicht nur befriedigendere Beziehungen, sondern auch ein tieferes Verständnis der Welt um uns herum. Lektion 23 Feiere dein Leben Die 23. Stoische Lektion unterstreicht die Bedeutung, unser eigenes Leben zu feiern. Der Stoizismus ermutigt uns, die Freuden und Lektionen zu schätzen, die uns das Leben geboten hat, und erkennt an, dass jede Erfahrung, sei sie positiv oder herausfordernd, zu unserem Wachstum beiträgt. In der Stoischen Philosophie ist das Feiern des Lebens nicht von großen Errungenschaften oder externen Bestätigungen abhängig, sondern wurzelt in dem tiefen Verständnis, das jeder Moment Bedeutung hat. Lektion 23 leitet uns dazu an, unsere Reise mit Dankbarkeit anzuerkennen und den Reichtum sowohl in den Höhepunkten der Freude als auch in den Tälern der Herausforderung zu schätzen. Indem wir unser Leben feiern, kultivieren wir eine Denkweise, die über die Verfolgung der Perfektion hinausgeht und die inhärente Schönheit in der unvollkommenen und sich ständig verändernden Natur der Existenz umarmt. Dieser stoische Einblick ermutigt uns dazu, unsere Erfahrungen nicht als isolierte Ereignisse, sondern als miteinander verbundene Fäden zu betrachten, die das Gewebe unserer einzigartigen und sich entwickelnden Geschichten wieben. Lektion 24, Dankbarkeit üben Die 24. Stoische Lektion betont die Bedeutung, Dankbarkeit zu üben. Der Stoizismus ermutigt uns, eine Denkweise der Dankbarkeit zu kultivieren und Wertschätzung für die Freundlichkeit anderer auszudrücken. Diese Praxis bereichert nicht nur unser persönliches Wohlbefinden, sondern trägt auch zur Schaffung einer positiven und harmonischen sozialen Umgebung bei. In der Stoischen Philosophie beinhaltet Dankbarkeit die Anerkennung und Wertschätzung der Freundlichkeit und Großzügigkeit, die uns von anderen entgegengebracht wird. Lektion 24 leitet uns dazu an, eine Geisteshaltung der Dankbarkeit anzunehmen, nicht nur für die greifbaren Akte der Freundlichkeit, sondern auch für die immateriellen Elemente, die zum Reichtum unserer sozialen Verbindungen beitragen. Indem wir Dankbarkeit üben, fördern wir eine Kultur der Positivität und Reziprozität. Dieser Stoische Einblick ermutigt uns dazu, über bloße Anerkennung hinauszugehen und aktiv unsere Dankbarkeit auszudrücken, und trägt so zu einem Kreislauf der Freundlichkeit bei, der die Bindungen der Gemeinschaft stärkt. Lektion 25 – Liebeabsichtlich Die 25. Stoische Lektion lädt uns dazu ein, absichtlich zu lieben. Weisheit aus Marcus Aurelius schöpfend, ermutigt uns dieses Prinzip dazu, absichtlich in unseren Handlungen zu sein und anzuerkennen, dass ein bewusster und achtsamer Lebensansatz zu einer erfüllenden und sinnvollen Existenz führt. Im Stoizismus bedeutet das absichtliches Lieben, unsere Handlungen mit unseren Werten in Einklang zu bringen und unsere Energie bewusst auf das zu lenken, was am wichtigsten ist. Lektion 25 unterstreicht die Bedeutung, in jedem Moment präsent zu sein, Entscheidungen mit Bewusstsein zu treffen und unser Leben in eine Richtung zu lenken, die mit unserem authentischen Selbst resoniert. Durch die Annahme eines absichtlichen Lebensstils kultivieren wir ein Gefühl von Eigenverantwortung und Verantwortung für unsere eigene Reise. Dieser stoische Einblick leitet uns dazu an, bedeutungsvolle Ziele zu setzen, Entscheidungen im Einklang mit unseren Werten zu treffen und jeden Tag mit einem bewussten Bewusstsein für die sich bietenden Möglichkeiten zu umarmen. Der Stoizismus ermutigt uns, die Unvermeidlichkeit von Veränderungen anzunehmen und ihnen mit Widerstandsfähigkeit und Tapferkeit zu begegnen, in der Erkenntnis, dass unsere Fähigkeit, uns anzupassen, unsere emotionale Gesundheit bestimmt. In der Stoischen Philosophie wird die Anpassung an Veränderungen als Charaktertest und Manifestation innerer Stärke betrachtet. Lektion 26 leitet uns dazu an, Veränderungen nicht mit Angst oder Widerstand, sondern mit dem Mut zu begegnen, die Unsicherheiten des Lebens zu navigieren. Indem wir anerkennen, dass Veränderung ein inhärenter Bestandteil der menschlichen Erfahrung ist, ermächtigen wir uns selbst, Herausforderungen mit einer standhaften und gelassenen Haltung zu konfrontieren. Mut bedeutet im Stoischen Kontext, bereit zu sein, sich dem Unbekannten zu stellen, und sich dazu zu verpflichten, inneres Gleichgewicht trotz äußerer Schwankungen aufrecht zu erhalten. Diese Lektion ermutigt uns, eine Denkweise zu entwickeln, die Veränderung nicht nur akzeptiert, sondern auch als Gelegenheit für Wachstum, Lernen und die Entwicklung emotionaler Widerstandsfähigkeit sieht. Lektion 27 Innere Ruhe kultivieren Die 27. Stoische Lektion leitet uns dazu an, innere Ruhe zu kultivieren. Der Stoizismus ermutigt uns, uns von äußeren Umständen zu lösen und Gelassenheit in uns selbst zu finden, um die Herausforderungen des Lebens mit einem ruhigen und zentrierten Geist zu bewältigen. In der Stoischen Philosophie bedeutet die Kultivierung innerer Ruhe, eine Gelassenheit zu entwickeln, die von den äußeren Höhen und Tiefen des Lebens unberührt bleibt. Lektion 27 unterstreicht die Bedeutung des Aufbaus eines internen Refugiums, eines Raums der Ruhe und Ausgeglichenheit, der als Zuflucht inmitten der Turbulenzen der Welt dient. Indem wir uns von äußeren Ereignissen distanzieren und innere Ruhe kultivieren, gewinnen wir die Fähigkeit, auf die Herausforderungen des Lebens mit Klarheit und Widerstandsfähigkeit zu reagieren. Dieser Stoische Einblick ermutigt uns, unseren Fokus von den unkontrollierbaren äußeren Faktoren auf den internen Bereich zu verlagern, wo wir einen größeren Einfluss haben unsere Gedanken, Emotionen und Reaktionen. Lektion 28 Priorität für die mentale Gesundheit Die 28. Stoische Lektion hebt die Bedeutung der Priorisierung der mentalen Gesundheit hervor. Der Stoizismus erinnert uns daran, dass ein gesunder Geist für ein erfülltes Leben unerlässlich ist, und indem wir aktiv Maßnahmen ergreifen, um für unser geistiges Wohlbefinden zu sorgen, ermächtigen wir uns selbst, Herausforderungen effektiver zu begegnen. In der Stoischen Philosophie bedeutet die Priorisierung der mentalen Gesundheit, die Verbundenheit von mentalem, emotionalem und physischem Wohlbefinden zu erkennen. Lektion 28 leitet uns dazu an, die mentale Gesundheit nicht nur als das Fehlen von Krankheit zu betrachten, sondern als proaktive Verfolgung von Praktiken, die zu einem widerstandsfähigen und blühenden Geist beitragen. Indem wir die mentale Gesundheit priorisieren, erkennen wir an, dass ein gut genährter Geist eine mächtige Ressource ist, um die Komplexitäten des Lebens zu bewältigen. Dieser stoische Einblick ermutigt uns, uns in Aktivitäten zu engagieren, die das emotionale Wohlbefinden fördern, wie Achtsamkeit, Selbstreflexion und Unterstützung suchen, wenn nötig. Lektion 29 – Die Tiefe der Stille umarmen, um Weisheit zu erlangen Im tiefen Gewebe der Lebenslektionen lädt uns das 29. Kapitel dazu ein, eine Reise der Introspektion und Erleuchtung zu beginnen, indem wir Weisheit in der Umarmung der Stille suchen. Diese Lektion schöpft ihre Inspiration aus den zeitlosen Lehren von Marcus Aurelius, einem stoischen Philosophen und römischen Kaiser, der uns die unschätzbaren Lektionen vermittelt, die aus den leisen Momenten der Kontemplation und Selbstreflexion gewonnen werden können. Marcus Aurelius preist in seinen Meditationen die Tugenden der Stille als Tor zu tiefem Verständnis und Selbstentdeckung. Der Lärm der äußeren Welt übertönt oft die subtilen Flüstern unserer inneren Weisheit, und es ist in den ruhigen Gängen der Stille, dass wir uns auf diese feinen Echos abstimmen können. Die Lektion ermutigt uns dazu, mitten im Getümmel des Lebens innezuhalten und die Stille zu umarmen, die es uns ermöglicht, in die Tiefen unseres Bewusstseins einzutauchen. Stille ist in diesem Kontext nicht nur das Fehlen von Lärm, es ist eine bewusste Wahl, sich von äußeren Ablenkungen zurückzuziehen, die ständig um unsere Aufmerksamkeit buhlen. In der Stille der Einsamkeit finden wir einen heiligen Raum, in dem die Introspektion gedeiht und uns die Möglichkeit bietet, unsere Gedanken und Emotionen mit Klarheit und Tiefe zu durchsuchen. Es ist ein Moment der Gemeinschaft mit dem Selbst, in dem sich die tumultartigen Wellen der Außenwelt liegen und die tiefen Reservoirs der Erkenntnis offenbaren. Die Suche nach Weisheit in der Stille ist nicht passiv, vielmehr handelt es sich um eine aktive Auseinandersetzung mit unserem inneren Heiligtum. In diesen stillen Momenten konfrontieren wir unsere Ängste, ringen mit unseren Zweifeln und versöhnen uns mit unseren Aspirationen. Die Einsamkeit wird zu einer Leinwand, auf der wir das Gewebe unserer Gedanken, Ängste und Hoffnungen malen, die Fäden unserer Komplexitäten entwirren, um die zugrunde liegenden Muster zu erkennen, die unser Dasein formen. Darüber hinaus dient die Stille als Brücke zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten, ermöglicht es der latenten Weisheit in uns, an die Oberfläche zu treten. Markus Aurelius erinnert uns daran, dass wir in der Ruhe der Stille nicht nur die Antworten auf unsere drängenden Fragen entdecken, sondern auch die Fragen, von denen wir nicht wussten, dass sie gestellt werden mussten. Es ist ein Raum, in dem Klarheit entsteht, und das Chaos unseres Geistes findet Ordnung und ebnet den Weg für tiefe Einsichten und Offenbarungen. Lektion 30 Die Schönheit der Reise umarmen Im Gewebe der Lebenslehren lädt uns die 30. Lektion dazu ein, die tiefgreifende Weisheit zu umarmen, die in der Kunst liegt, die Reise zu schätzen. Verankert in den Prinzipien des Stoizismus dient diese Lektion als eindringliche Erinnerung daran, dass die Bedeutung des Lebens über bloße Ziele hinausgeht, es ist im Wesentlichen eine Feier der komplexen und immer entfaltenden Reise. Der Stoizismus mit seiner zeitlosen Philosophie führt uns zu einem tiefen Verständnis, dass die Essenz des Lebens nicht allein darin besteht, vorbestimmte Ziele zu erreichen, sondern in der Wertschätzung der im Prozess selbst eingebetteten Fülle. Die 30. Lektion ruft uns dazu auf, unsere Perspektive von einer rastlosen Verfolgung von Entzielen zu einer tieferen Wertschätzung für die unternommenen Schritte, die überwundenen Herausforderungen und die geschätzten Momente entlang des Weges zu verlagern. Das Umarmen des gegenwärtigen Moments wird zu einem Eckpfeile dieser Philosophie, da es unseren Fokus von einer unsicheren Zukunft oder einer verweilenden Vergangenheit auf das lebendige Gewebe des Jetzt umlenkt. Die Reise, in all ihren Feinheiten, ist reich an Gelegenheiten für Wachstum, Selbsterkenntnis und die Bildung bedeutender Verbindungen. Es ist eine Leinwand, auf der jeder Schritt, jeder Stolperer und jeder Triumph zum Meisterwerk unserer Existenz beiträgt. Die Lebensweise ist dynamisch, eine sich ständig verändernde Landschaft, die unsere Aufmerksamkeit und Beteiligung erfordert. Indem wir uns in die sich entfaltende Erzählung unseres Lebens vertiefeln, finden wir Erfüllung und Freude nicht nur im Ziel selbst, sondern in der eigentlichen Durchquerung der vielfältigen Terrens der Erfahrung. Jede Wendung wird zu einer Lektion, jede Begegnung zu einem Kapitel und jeder Moment zu einer Gelegenheit, Einsichten zu gewinnen, die die Person formen, die wir werden. Darüber hinaus ermutigt uns die 30. Lektion dazu, die Illusion der Kontrolle über die Zukunft aufzugeben und stattdessen die Schönheit der Unsicherheit zu genießen. Die Reise des Lebens ist von Natur aus unvorhersehbar, und der Stoizismus lädt uns ein, diese Unberechenbarkeit als integralen Bestandteil unserer Existenz zu umarmen. Dabei lernen wir, uns anzupassen, das Unerwartete zu schätzen und Widerstandsfähigkeit angesichts von Herausforderungen zu finden. Die Philosophie, die die Reise umarmt, ist kein Aufruf zur Zufriedenheit, sondern vielmehr eine Einladung, eine Denkweise der Dankbarkeit und Achtsamkeit zu pflegen. Sie fordert uns auf, dem gesellschaftlichen Druck zu widerstehen, uns ständig auf den nächsten Meilenstein zu fixieren, und ermutigt uns, die Säße des gegenwärtigen Moments zu genießen. In diesem achtsamen Engagement mit der Reise entdecken wir, dass Erfüllung keine entfernte Destination ist, sondern ein kontinuierlicher Zustand des Seins im Tanz des Jetzt. Vielen Dank für das Ansehen dieses Videos. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, zeigen Sie bitte Ihre Unterstützung, indem Sie es liken und unseren YouTube-Kanal abonnieren. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, Ihre Kommentare unten zu hinterlassen.